Der Typ sitzt gerade auf dem elektrischen Stuhl und hat nichts anderes zu tun, als in seinen letzten Sekunden auf Warzone zu zocken? Johoho, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist die inzwischen elfte Folge von den Hotmics und ich denke mal, ihr wisst es inzwischen. Schreibt mir gerne mit einem Timestamp in die Kommentare, was euer Lieblingshotmic in der Folge ist. Übrigens noch ganz wichtig, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, ich habe ja letztens einen zweiten Channel aufgemacht, wo täglich neue Videos kommen. Dieser zweite Channel heißt Flieger Floyd, schaut da gerne mal vorbei und lasst auch sehr gerne ein Abo da. Der Link dazu ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung und lasst auch natürlich auch gerne erstmal einen Sub auf dem Channel hier da, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und jetzt noch viel Spaß mit den Hotmics. Ja, Repeak wieder. Noch nicht, okay. Okay, ja. GG Floyd. Haha, GG. Ja, GG. Bitch, meine Fakten. Aber ich liebe es, wenn die immer so das Mikrofon so richtig nah ans Mund nehmen. Ans Mund? Was? Wie machst du keinen Sound? Ich bin halt geschlichen, Bro. Was soll ich machen? Ah, du Drecks-Bot. Ich bin Bot! Bro, du wirst geknallt! Da kommt die direkt rein. Carla! 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 Wen rufst du Carla? Deine Mutter, oder wie? Wer ist denn Carla? Ja, sein Bass ist aber auch wirklich auf tausend Prozent. Da hat der Buddy-Shoot aber anders geschmeckt. Es geht wieder. Ah, fuck you, man! Ja, so sauer! So sauer! Ja! Wuh! Aber lass auch abwechseln. Ja, tot? Lass bitte abwechseln. Ja, ich wechs ab. Ich wechs ab. Ja, safe arrive. Ja. Hier, hier, hier. Ja. Auch safe arrive. Pussy. Pussy, meint er. Oh, shit. Es ist kein... Hey, so sauer! So sauer! Juhu! Mach sie fertig. Er ist so ein verrückter, Digga. Geht's dir gut? Er lacht! Warum lacht mich denn hier jeder aus? Ich versteh's nicht! Letztendlich wird's eh eine Enttäuschung. Aber die Frage ist dann, wie groß die Enttäuschung ist. Hä? Meister, hälst du dann... Halt, war ein bisschen naubo. Ja, äh... Äh, äh... Also, ich konnte dich ja nun wirklich nicht übersehen. Also, hä? Hahaha! Das ist so Katastrophe. Hahaha! Hahaha! Ach, ich liebe Deutsch-Hotmacs so sehr, wirklich. Egal, was sie sagen, sie könnten auch sagen, ich mach mir jetzt nen Tee. Ich würd immer lachen. Ah, GG blüff. Oha? GG? Hey, GG, zurück! Der Fotzer, Alter, du verreckst doch mit mir. Nee, werd ich nicht mehr an. Ach, schade, hab's überlebt. Ärgerlich für dich. Fuck you! Nee! Alter, ist fünf! Hilf! Oha, ist so sauer, der Franzose ist ja so sauer, hä? Ist du auch sauer? Er ist auch sauer! Hahaha! Fuckin' pedofolk! Was? Was ist das für eine Beleidigung? Fuckin' peterfolk! Ach, pedofil, meinte er! Das sind mehrere bei Most Wanted. Oder? Ich wurde weggesnipet. Ich wurde gesnipet. Ich wurde gesnipet. Komm, der war doch schon genockt quasi. Der war doch schon genockt quasi, aber quasi funktioniert so leider nicht in Warzone. Nicht nachlassen! Ah! Er hat dieses Sterbegeräusch vom Charakter nachgemacht. Ah! Ah! Bro, wie trifft mich die Zemtex? Wie trifft mich die Zemtex? Wie trifft mich die Zemtex? Bro, wie hab ich die Zemtex? Alter, das war das schlimmste Gunfeld meines Lebens und der lacht einfach! Der verrückte lacht! Was? You fucking bitches! Nein, nein! Du bist ein... ...fickender Bitch! Was? Fuck you, Floyd! Ey, nö! Tommy! Fick du dich, Tommy! Ah, Floyd! Hä? Heih! Dann scheiße! Doch, 1980! Didger hat geredet wie Hitler! Ich sage du dummer Bastard Nein, du bist ein dummer Bastard! Hey! Nein, ich hab keine Block, der ist one! Der ist one, der ist one! Ihr seid Wichser seid ihr, Manu! Nein, fünf Jahre alt, hä? Oh Gott! Die ganze Mannschaft war gerade fünf Jahre alt! Komm, Alter, es ist immer das Gleiche! Es ist immer das Gleiche, richtig! Ich töre die Leute von hinten und dann gewinne ich die Warsen-Runde! Bitte kein Karma, bitte kein Karma, bitte kein Karma! Jaaa! Kein Karma! Jaaa! Sauer, sauer, sauer! Juhu! Jaaa! Haaa! Floyd! Haaaaa! Floyd! Oh! Oh! Nein! Oh mein Gott, hat er mich angeschrien! Alter, sei mal ein bisschen leiser! Vor mir, vor mir, vor mir! Sie haben mich gefunden! Alles klar, ich seh ihn nicht! Hehehehe! Ja, Augen auf! Ja! 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 Er hat auf den Tisch geschlagen! Ja! Ja! Er hat auf den Tisch geschlagen! Warte, du! Von links, Digga! Mann! Von links, Digga! Mann! Von links, Digga! Ahaaa! Nooo! Nein, das tut mir doch leid! Nein, das sah so aus dem Herzen raus! Was willst du hier oben? Hier oben gibt's auch nichts für dich zu sehen! Boah! Hehehe! Alter, ich bin ein bisschen horny geworden davon! Ja, ist so wahnsinnig! Schins! Teamflirt! Es war genau die richtige Entscheidung, Chat! Oh yes, Baby! Oh, ey! Ich kot... Jaaa! Und er kotzt! Andy Karma? No Karma? Ja, natürlich! Ja, natürlich! Atenus Shotgun! Natürlich! Nein, ich hab Gulag verloren, Bro! Oh, mit wem redest du? Du spielst doch gerade Solo! Hä? Warte mal, mit wem redest du? Jetzt bist du gefehlt! Ach, fick dich doch! Jaaa! Warte mal, mit wem redest du! Das war so, babe! Wiebald in der Zaun? Nein, nicht! Ich traier die Zeit!